Das ist wirklich ein Heimrennen und die Oberwollys und die Oberländer verständen sich auch immer gut. Es gibt immer eine schöne Party und auch vom Gelände her, finde ich, das ist eines der interessantesten Weltverbrennen hier in Wangen. Es hat viele Geländeobergänge und nachher fährt man hier zwischen den Bäuerhäuschen und den Mischstellen ein bisschen durch. Das erinnert mich an ein bisschen früher an die Islalomfahrung und darum sicher ein Highlight. Als ich das erste Mal hier im Steinhang war, musste ich schon tief inschnieven. Im Fernsehen sieht man nie, wie steil es wirklich ist. Grundsätzlich ist das Schweizer Rennen etwas Spezielles und umso schöner im letzten Jahr, als ich meinen Durchbruch geschafft habe mit dem vierten Platz. Das war das erste Mal, als ich wirklich zeigen konnte, was ich drauf habe. Ich versuche es dieses Jahr noch einmal ähnlich zu machen.